Im Namen Jesu! Im Namen Jesu! Im Namen Jesu! Jesus! 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 War das ein Traum? Ja. Ich habe vom Brot deiner Mutter geträumt. Noch warm aus dem Ofen. Träum weiter, wenn du heute was essen willst. Nicht zu essen und auf Steinen schlafen. Ich werde zu alt für sowas. Wir müssen Arbeit suchen. Steh auf! Hör auf! Und gab es sonst noch was zu essen in deinem Traum? Nun, das Brot deiner Mutter. Maria hatte gerade sechs Leibe gebacken. Aber wir haben kein Brot mehr. Und auch kein Wasser. Jesus! Ja? Heute ist ein guter Tag. Heute finden wir Arbeit. Natürlich, Vater. Ja. Natürlich, Vater. Ja. 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 Ja.